Seid gegrüßt und willkommen zu einer kleinen Tutorial-Serie unter dem Motto Windows Spiele unter Linux installieren. In meinem vorausgegangenen Tutorial habe ich ja bereits gezeigt wie man Windows Spiele auf Linux mit Bottles installiert. Doch ich habe seit einiger Zeit ein mächtigeres und weitaus intuitiveres Tool gefunden, mit dem man Windows Spiele viel einfacher und auf multiple Möglichkeiten auf Linux installieren kann oder auch zum Laufen bringt. Und zwar das Programm Lutris für Linux. Hier seht ihr schon einige Spiele, die ich installiert habe und die sind alle auf Windows Plattformen. Und zwar ihr könnt auch sehen, dass ich nicht nur ältere Spiele drauf habe, wie zum Beispiel Jacked Alliance 2 oder Drakan aus 1999, sondern auch modernere Spiele. Das habe ich mir jetzt zum Schluss besorgt. Das ist gepatcht worden und ist wirklich spielenswert. Was ist denn das letzte Spiel? Das war Everspace aus 2017. Nein, das ist der Garden Simulator. Und ich muss sagen, ich bin hoch zufrieden, dass diese Spiele funktionieren auf Linux über die Lutris-Umgebung. Nun, Lutris ist auf einer Linux Plattform nicht vorinstalliert. Deswegen müssen wir sie uns noch auf einer Distribution installieren. Wie ihr seht, benutze ich Linux Mint und fast jede Distribution hat eine Anwendungsverwaltung. Und wenn ihr das Symbol hier nicht seht, in der senkrechten Favoritenleiste, dann gebt einfach erst mal ein Anwendung und dann, oder an W, also die ersten Buchstabe, dann seht ihr das hier. Die rufen wir dann auf. Und da ist es auch schon, die Anwendungsverwaltung. Ich werde dieses Tutorial möglichst einfach halten und nicht über ein Terminal dieses Lutris installieren, weil man kann hier auch ein Terminal aufrufen und dort händisch mit Befehlen das Lutris installieren. Nebenbei sei gesagt, dass man, wenn man übers Terminal installiert, zuerst mal ein Update zieht, damit alle Packages und Pakete erst mal eingeladen werden, bevor man über den Install Befehl eine Applikation installiert. Das sähe dann so aus. Aber wir wollen das so nicht machen. Es wäre für den ein oder anderen komplizierter, aber der Linux-Erfahrene würde das natürlich so machen. Und gerade hier ist auch die Meldung, dass Lutris schon die neueste Version hier auf meiner Plattform hat und sie nicht installiert werden muss. Doch zurück zur Anwendungsverwaltung. Hier oben in dieser Suchleiste geben wir Lutris ein und hier werden zwei Versionen angezeigt. Unter anderem auch noch andere Pakete, aber uns interessieren nur diese Lutris-Pakete. Wir müssen unterscheiden und zwar gibt es Lutris als FlatHub und als System-Pack. Der Unterschied zwischen FlatHub oder besser gesagt als Flat-Pack-Anwendung und der System-Pack-Anwendung ist folgender. Bei einigen Applikationen kann man sich aussuchen, ob man das als Flat-Pack, FlatHub installieren möchte oder als System-Paket. Wählt man Flat-Pack oder FlatHub aus, so wird die Applikation vom System völlig isoliert installiert. Will heißen, die Anwendung läuft sozusagen in sich selber ohne Zugriffe auf das System außerhalb oder das System Zugriff auf die Flat-Pack-Anwendung zu haben. Ich selber habe zuerst Lutris als Flat-Pack installiert, doch ich habe bemerkt, dass einige Funktionen fehlen, um ein voll funktionsfähiges Lutris zu erhalten. Also habe ich mich für das System-Paket entschieden, welches hier bereits installiert ist. Der weitere Unterschied dieser Installation besteht auch darin, dass man bei Flat-Pack kein Root-Passwort eingeben muss, welches aber beim System-Paket einzugeben ist, also euer System-Passwort, mit dem ihr euch in Linux anmeldet. Ist die Installation vollständig abgeschlossen. So schaut ihr nochmal hier runter, wo es zu finden ist, dem ich Lutris eingebe und dann wird das hier angezeigt. Ihr könnt dann später auch die Applikation zum Schreibtisch hinzufügen oder als Favorit hinzufügen. Also das wäre dann hier in dieser Leiste unter diesem Icon. Öffnet ihr dann Lutris, dann wird es natürlich hier nicht so aussehen wie bei mir, sondern das dürfte alles leer sein. Jetzt müssen wir noch ein paar kleine Einstellungen machen und die zeige ich euch jetzt. Klicken wir nun auf dieses Burger-Menü oder Hamburger-Menü, sieht aber eher aus wie ein Doppelwopper, haben wir hier den Punkt Einstellungen. Und diese Einstellungen wirken sich sozusagen global auf jedes nachträgliche installierte Spiel aus. Denn das sind erstmal die Grundeinstellungen. Unter dem Punkt Interface habe ich zunächst erstmal nichts geändert. Und wenn ich das hier aktiviere, wird zunächst erstmal die ganze Lutris-Umgebung geschlossen, also dieses Programm minimiert. Aber das kann man frei entscheiden. Kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Punkt und zwar die Runners, also die Laufzeitenumgebungen. Lutris kann nicht nur Windows-Laufzeitenumgebungen aufbauen, sondern auch völlig andere, wie zum Beispiel ein Atari-Computer. Also es gibt eine ganze mögliche Liste hiervon. Zum Beispiel auch die DOS-Box ist dabei. Was haben wir noch gesehen? Atari ST. Das wären dann Emulatoren. Und dann, was standardmäßig installiert ist oder aktiviert ist, sind die Spiele, die Linux betreffen, damit die hier nativ ausgeführt werden können. Hier habe ich zum Beispiel Nintendo 64 Emulator noch mit installiert, also Runner. Aber für Windows-Spiele ist ganz wichtig, dass wir unten hier das anklicken und runterladen. Das ist schon runtergeladen und ich kann hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Also runterladen, das wäre dann dieses Symbol. Dann klickt ihr dann drauf, dann wird das automatisch runtergeladen und hier in dieser Liste mit eingefügt. In dem Runner Wine gibt es noch einige Kategorien einzustellen, und zwar die Laufzeitenumgebung. Ich habe welche runtergeladen, und zwar diese Punkte hier, also Lutris GE Proton 8, welches von 18 Spielen genutzt wird, weil das meiner Meinung nach die bessere Laufzeitumgebung ist. Ich habe auch noch die vorigen Versionen mit heruntergeladen. Falls ein Spiel nicht so laufen sollte, wie es laufen soll, kann man immer noch die älteren Versionen nehmen oder andere Runner. Es genügt lediglich nur ein Häkchen zu setzen und die Laufzeit wird heruntergeladen und es wird entpackt. Und dann wird das Häkchen hier stehen. Doch ich werde das jetzt abbrechen, weil ich ja schon alle habe. Wenn ich es nicht haben möchte, kann ich es auch wieder deinstallieren, indem ich das Häkchen wieder von diesem Quadrat nehme. Es sei noch mal gesagt, Lutris GE Proton 8 ist zurzeit die am besten laufende Umgebung. Hier gibt es noch mal ein Zahnrädchen mit globalen Einstellungen für die jeweilige Laufzeitumgebung, die man hier runterscrollen kann. Und zwar betrifft es das Grafikrendering. Standardmäßig wäre jetzt hier noch dieser Punkt aktiviert. Doch ich habe herausgefunden, für eine bessere Balance und Grafikdarstellung habe ich das hier deaktiviert. Ansonsten alle Punkte so lassen, wie sie hier sind. E-Sync sollte auch aktiviert sein. F-Sync geht leider nicht, weil wir hier Proton benutzen. Und ansonsten braucht man hier nichts mehr einzustellen. Der Punkt Services beinhaltet unter anderem auch die Spieleplattformen, wie zum Beispiel Good Old Games, welche ich aktiviert habe. Humble Bumble, da habe ich keinen Account drin. Epic Game Store, da habe ich glaube ich einen Account und Steam habe ich auch einen Account. Und die werden dann bei Aktivierung hier auf der linken Seite hier wieder dargestellt. Der Punkt Hardwareinformationen ist selbstredend. Dieser zeigt eure Grafikkarte und eure CPU an. Unter Global Options sehen wir hier nochmal die Default-Einstellungen. Was ich geändert habe ist, ich mache mal ein bisschen breiter, den Standard-Installationsordner. Da kann man selbst einen eigenen Pfad eingeben. Ansonsten habe ich hier nichts geändert. Des Weiteren hat man noch hier die Möglichkeit, die Hardware zu konfigurieren. Ob man das auf einen Kern begrenzt, ob man Probleme beim Spiel hat, wenn es wieder beendet wird, dass dann plötzlich der Gamma beim Desktop plötzlich zu hell oder zu dunkel ist. Und andere Einstellungen sind hier möglich. Doch hieran habe ich nichts geändert. Habt ihr alles für euch eingestellt, dann drückt auf Speichern. Ich komme nun zu der allerersten Möglichkeit, ein bereits bestehendes und vorinstalliertes Spiel, welches über Windows installiert worden ist, hier in Lutris mit aufzunehmen. Da klicke ich auf das Pluszeichen, gebe hier den Namen ein, zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach Testspiel. Danach wähle ich den Starter aus, der da Wine heißen muss. Und wenn ich weiß, wann es veröffentlicht worden ist, gebe ich auch das Veröffentlichungsjahr ein. Klicken wir auf den Reiter Spiele-Einstellungen, muss man den Pfad der Exe-Datei, die das Spiel ausführt, angeben. Ich habe auf einer anderen Partition unter Windows das Spiel installiert. Und wähle die Partition aus, wo ich meine ganzen Spiele unter Windows installiert habe. Das sind hier bei mir in meinem Fall nicht gerade wenige, wo ich weiß, dass ich den Euro Truck Simulator schon von Windows aus auf diese Partition oder auf die nächstfolgende Partition installiert habe. Weiß ich, dass es funktioniert. Das könnt ihr hier auch sehen, hier ganz zuoberst, Euro Truck Simulator. Das werde ich aber nochmal für dieses Testspiel wiederholen und suche mir die Exe-Datei aus, die das Spiel ausführt. Das wäre in diesem Fall die hier. Klicke auf OK. Optionen des Starters. Hier haben wir wieder die Voreinstellung. Aufpassen, dass es hier auf der neuesten Version läuft. Bei mir lief das noch alles auf 13, aber es wird ja immer geupdatet. Also schauen wir mal, ob dann hier diese Proton 814 aktiviert ist. Also die neueste. Und hier die Einstellungen größtenteils lassen. Wie eingangs erwähnt, habe ich diesen Schieber hier ausgeschaltet. Und die restlichen Einstellungen können so bleiben. Dann gehen wir nochmal unter Systemeinstellungen. Und was ich grundsätzlich für mich mache, ist die Lutris-Laufzeit deaktivieren. Denn da steht, dass es eventuell bei aktivierter Laufzeit zu Inkompatibilitäten führen kann. Und außerdem flutscht das Programm besser. Sozusagen. Ja, ansonsten ist hier nichts mehr einzustellen. Hier sehen wir nochmal, wie die Hardware dann bei Aktivierung des Spiels geändert werden kann. Oder was ich anfangs erwähnt hatte. Und ansonsten wäre auch das hier fertig. Und jetzt gehen wir runter unter unserem Testspiel. Man kann natürlich noch nachträglich konfigurieren sagen. Und ein eigenes Banner. Oder ein eigenes, wie soll ich sagen, Vorschaubildchen im Hochformat. Wie zum Beispiel ein DVD-Cover und hier ein Banner nachträglich einfügen. Als JPEG oder als eine generelle Bilddatei. Das ist jedem selbst überlassen. Auch das Einfügen von diesem Vorschaubildchen in Hochformat. Gut, dann haben wir eigentlich alles. Hier sehen wir nochmal, was wir vorher eingegeben haben. Wir können ruhig auf Abbrechen gehen, weil ich es ja vorher gespeichert hatte. Ja, da kommt jetzt der große Moment. Dann spielen wir es mal an. Gut, Lutris schließt sich, haben wir so gesagt. Es dauert noch ein kleines Momentchen. Und da wird der Bildschirm schwarz. Und hier kommt auch schon die Vorschau. Gut, dann überspringen wir das mal. Setzen das Spiel mal fort. Um mal zu gucken, wie die Performance so ist. Gut, okay, ich nehme jetzt natürlich gleichzeitig über OBS auf. Deswegen wird die Performance nicht so sein, wie als würde man das offline spielen. Okay, fehlender Controller habe ich jetzt nicht angeschlossen. Mal gucken, ob das auch anders geht, zur Tastatursteuerung wechseln. Ich spiele das Spiel nicht mehr. Ich sage jetzt mal ja. So, dann werden wir mal einfach drauf losfahren. Und schauen, wie es geht. Jawohl. Schön. Okay, jetzt kommt es natürlich noch ein bisschen zappelig rüber. Aber wie eben schon gesagt, beinahe gegen Zaun gefahren. Aber wie eben schon gesagt, kann natürlich durch die Aufzeichnung, die ich jetzt gerade mache, ein paar Frame Drops. Was wollte ich sagen, ein paar Frame Drops reinkommen. Ja, gleichzeitig spielen und reden, das ist für mich ein bisschen schwierig. Und über Tastatur sowieso, anstatt über einen Controller. Ja, also wie ihr seht, es funktioniert soweit. So, wenn ihr das Spiel beenden möchtet, dann ganz einfach auf Beenden gehen, sofern das Spiel ein Beenden-Button hat. Und ich glaube, dass es auch so ist. Da ist dann das Lutris wieder aufgepoppt. Und ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin diesen Teil meines Lutris-Tutorials gesehen habt. Schreibt ruhig Kommentare in den Chat, gebt mir ein Follow und den Daumen hoch. Und die Glocke nicht vergessen. Tschüss, euer David. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020